Hey Son, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan und zu Expeditions Viking. Ja, der König Ring hat einen Plan gefasst, da Karl der Große und die Karolinger, die Franken, in Sachsen auf dem Vormarsch sind und die Sachsen bezwungen haben, dass wir vielleicht in Angelsachsen mal einen Besuch abstatten sollen und mal unsere Muskeln spielen lassen sollen, unsere Macht demonstrieren. Und deswegen will er Lindisfarne überfallen, da dürften noch einige Glocken ringen. Lindisfarne in der Populärkultur immer so der erste Überfall der zufälligen Überquerung der Wikinger hier über die Nordsee und dann überfallen sie Lindisfarne und damit geht irgendwie das Zeitreiter der Wikinger los. Hier ist natürlich großer Blödsinn, wie auch das Spiel jetzt schon hier schön gelöst hat, gibt es schon lange vorher intensive Handelskontakte mit den Nordmännern und Lindisfarne. Was geht denn erst viel später? Aber wir werden jetzt den Überfall auf Lindisfarne anführen, das ist interessant. Und wir werden mitnehmen, die übliche Truppe würde ich mal sagen. Nur noch die Frage, Nefja, ja sollten wir Roskwar noch mitnehmen wegen Heilung? Wir haben jetzt nur Kettil als Heiler dabei, statt Gunnar vielleicht lieber Roskwar. Aber Gunnar ist ganz cool mit der Langaxt halt, ne, mit der Dänenaxt. Ich nehme Gunnar mit, statt Roskwar. Schauen wir mal, ob sich das erreicht oder auszahlt. Und im Hintergrund sehen wir wahrscheinlich schon die brennende Abtei von Lindisfarne. So ungefähr. So, die Feldstiefel von drei Dutzend Kriegern treffen auf Sand, noch bevor die langen Schiffe, die euch hergebracht haben, ganz zum Stillstand gekommen sind. Skalagrim steht breitbeinig da und sieht zu den Kirchtürmen hinüber. Da ist es, was für ein Preis. Wenn es mit deinen Plänen vereinbar ist, werde ich mit meinen Leuten den Strand in nördliche Richtung hinaufgehen und mir das Dorf vorknöpfen. Die Ehre, die Kirche zu zerstören, überlasse ich dir. Ich würde lieber mit dir zusammen kämpfen, als mit Rodgerda. Er wirft einen kurzen Blick auf Skulis Schild Mai, die sich mit einem äußerst scharfen Sacks die Fingernägel zäubert, während sie euch verschämt beobachtet. Sie ist eine beunruhigende Frau. Ein weiterer Grund, sie nicht aus den Augen zu lassen. Ich verlasse mich darauf, dass du sie unter Kontrolle behältst, sagt Skalagrim. Er schenkt dir noch ein männliches Grinsen, dann läuft er auch schon los, sein Gefolge anzuführen. Rodgerda stellt sich neben dich und nickt respektvoll. Ich kann es kaum erwarten, dich kämpfen zu sehen, Sieglöck. Das wird für uns beide ein wertvolles Erlebnis werden. Stimmt, denn wenn wir irgendwann in einer Schlacht aufeinandertreffen, wird der Kampf besonders interessant, weil wir uns ja bereits von der anderen Seite kennen. Sie lächelt eiskalt. Ich freue mich schon darauf. Es ist schon eine ganze Weile her, dass meine Krieger und ich im Kampf auf eine echte Herausforderung gestoßen sind. Weißt du, Skalagrim ist ein guter Tane, aber würdest du deinem Clan und dir selbst viel Unglück ersparen, wenn du dich einfach meiner Herrschaft unterwerfen würdest, sagt Rodgerda. Weißt du, ich bin auch ein guter Tane, warum unterwerft ihr euch denn nicht mir? Skian ist ein wunderschöner Ort und die frische Seeluft würde euch gewiss guttun. Witzige Erwiderung, aber ich meinte das durchaus ernst. Herr Jelling ist ein starker und reicher Clan. Das haben wir Skule zu verdanken. Er hat sich das Recht zu herrschen verdient. Wollen wir loslegen? Nähere dich der Kirche von vorne oder schnell. Wir werden sie hart und schnell schlagen. Geht den Strand in nördliche Richtung hinauf und stürmt den Kirchhof von der Seite. Wir kommen entweder mit euch oder seitlich von Osten. Rodgerda steht pfeilgerade da und salutiert dir sarkastisch, indem sie die Faust auf ihr Herz legt. Dann führt sie ihre Krieger den Strand hinauf. Das sehen wir hier gerade im Kriegsnebel. Dass sie irgendwo hinläuft. So, wir werden mal schauen. Jetzt gibt es wahrscheinlich verschiedene Wege, wie wir uns hier nähern können. Halt noch Ausschau, ob es hier irgendwas Interessantes zu holen gibt. Hier gibt es einen Weg. Und hier ist die Karte vorbei. Hier sind Mönche oder Bewohner jedenfalls. Wir sammeln erstmal in aller Seelenruhe hier Kräuter. Ja, wir sind direkt an der Kirche oder einem großen, stabilen Gebäude. Ich denke, wir werden hier zuschlagen. In dem kleinen Vorhof der Kirche haben sich ein paar verängstigte Pilger bewaffnet, um ihr Gotteshaus zu beschützen. Es handelt sich um edelgekleidete Männer und Frauen, die den Eindruck machen, sie hielten sie zum ersten Mal im Leben eine Waffe in der Hand. Wir werden die Umgebung einschätzen. Das war erfolgreich der Test. Die Verteidiger sind zwar schlecht ausgerüstet und unorganisiert, doch ihre Aufstellung kommt dir irgendwie seltsam vor. Du lässt deinen Blick über den Boden vor dir schweifen. Er scheint frisch bearbeitet worden zu sein. Einer von ihnen muss noch eilig Fallen gelegt haben, als die Inselbewohner eure Segel am Horizont gesehen haben. Wir geben Rodgerda das Zeichen zum Angriff. Und damit treten die hier drüben in den Kampf ein. Ja, und hier liegen also Fallen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht können wir aber direkt mal hier die ersten ausschalten. So, blutrünstig. Mal Fallen entdecken an. Da haben wir direkt eine Falle entdeckt. Und noch eine. Ja, Gelegenheitsangriff kein Problem. Also hier ist eine Falle und da ist eine Falle. Aber die Gegner sind hier gar nicht ernst zu nehmen, so wie es aussieht. Hier drüben scheinen ein paar besser bewaffnete zu sein. Bringen wir euch mal wieder in Deckung. So, Neffia kann über die Falle rüber angreifen. Und überall wo sie sich hier bewegen würde, wäre sie aber im Weg. Und dann werden wir hier mal Beschützen aktivieren. Und Ballers Gunst. Und dann haben wir ja noch die Gruppe hier drüben. Die haben einen Bogenschützen dabei. Mal gucken, was die so für Waffen haben. Das ist ein Berserker, der hat zwei Echse oder die Dänenaxt. Hier ist noch ein Fernkämpfer. Die Heiler erwischen wir leider nicht. Versuchen wir, den feindlichen Fernkämpfer zu erwischen. Ging daneben, aber der ist geplagt. Und hier haben wir noch einen mit Bögen. Der könnte sogar vielleicht, wenn er trifft. Jawohl. Ach nee, es war sie. Es war Rod Gerda, die da geschossen hat. Nicht übel, Rod Gerda. Nicht übel. Musst jetzt aber mal den Weg freimachen. Für Dom Hilt. Sie hat Fallen entdeckt. Sie kann Fallen entschärfen. Damit die anderen dann da durch können. Verspotten. Wen wollen wir mal verspotten? Wulfred. Er hat widerstanden. Schade. Und Dom Hilt kann sie, könnte beschützen hier. Das ist vielleicht nicht verkehrt. So, die Feinde kommen in der Kirche nach vorne. Das war aber auch noch kein so richtig effektiver Angriff. Der hat auch hier keine Waffe dabei. Die genauso wenig geblockt. Dieser große Baum hier verdeckt mir die Sicht. Sakrament, das festigt glaube ich die. Oder wie war das jetzt so der Zielgenauigkeit? Ich weiß es glaube ich gar nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. So, die sind alle nur ganz schwach bewaffnet. Zum Teil gar nicht. Zum Teil haben sie kleine Messer. Demoralisieren. Ja, die Nonne demoralisiert uns. Der Heiler geht in Deckung. Der zieht hier rüber. Der beschützt. Da kommt einer mit einem Speer. Das könnte einer der besseren sein. 25 Schaden geht ja. Naja. Nächste Runde. Nächste Runde. Geplagt. Ach, verfehlt. Ärgerlich. Ähm. Kann der einen Sturmeingriff machen? Nee. Und hier ist aber keine Falle. Die Falle ist da drüben. Kritischer Treffer. Nicht übel. So, hier sind die Falle. Genau, da können wir jetzt nicht rein. Frage ist hier. Gab es da nicht so einen Rundumschlag oder sowas? Spalten geht nur auf den Schild. Weil der eine hätte. Rundumschlag ist hier wohl nicht möglich. Waghalsiger Schlag könnte man versuchen. Mh, dadurch ist er aus dem Gleichgewicht gekommen. Okay. Oder nicht okay, aber ist dann so. So, sie kämpft mit zwei Sachsen. Aufschlitzen. Führt einen freien Bonusschlag. Mit halben Schaden aus. Aber da steht keiner um sie drum, mit dem sie das machen könnte. So, dann schauen wir zu unserer Gruppe wieder rüber. Hier ist keine Falle. Hier ist aber eine Falle. Können die Mönche von da hinten treffen? Ne, nicht so richtig. Den hier vielleicht. Aber nicht so, Katil. Nicht so. Die haben eine kleine Ausrüstung. Dann wollen wir den Mönch der Heile eins ausschalten. Das ist immer am wichtigsten, die loszuwerden. So schnell wie möglich. So, zum Glück, da waren da auch keine weiteren Fallen in dem Bereich. Hm, guter Treffer, reicht aber nicht. Ja. Kannst du auch Fallen erkennen? Ja, kannst du. Hier war erstmal keine mehr. Na gut. Eine Runde des Gegners. Da kommen welche nach vorne. Demoralisieren nochmal gegen die Fernkämpfer. Verstecken sich wieder welche hinter den Häusern. Kommen die jetzt hinten rum, oder was machen die da? Sieht ja so aus. Okay, hier war erstmal noch keine Falle. Dann Sturmangriff. Geblockt. Kriegst du da einen Gelegenheitsangriff? Ne, sieht nicht so aus. Riskant. Aber wieder keine Falle und den Gegner hier flankiert. Und Siegle kommt knapp nicht hin, aber sie hat auch einen Speer. Aber mit dem muss sie aber rangehen, um den Bonus zu kriegen. Wieder geblockt, schade. So, ey, wie sieht's aus? Ging daneben. Naja, gut. Aber das hält sich alles im Rahmen. Spalten, Haken. Betäuben. Löse vorhersehen. Ich glaube, wir nehmen die Falle mal aus dem Weg, damit wir hier drumherum manövrieren können. Und die beiden auch flankieren können. Find, äh, demoralisieren. Inspirieren. Das Ziel kann diese Runde eine weitere Attacke ausführen. Ähm, aha, klingt spannend. Dann machen wir erst mal die anderen Angriffe vielleicht. Daneben. Ja, dann inspiriere doch mal Domhild. Zu einer weiteren Heldentat. Jawoll. Frage ist, kann der jetzt da wegkommen? Der könnte den wegtreten. Dann kann er sich aber nicht mehr bewegen selber. Dann müssen wir da schnell jemanden dazwischen stellen. Dann geht's nämlich. Die Fernkämpfer können nachrücken. Interessant, hier drüben waren nur bisher die beiden fallen. Da haben wir Glück gehabt. So, der geht da hinten in Deckung. Da müssen wir vielleicht mal jemanden hinschicken, ne? Wieder zurückschicken, sozusagen. So, der hat hier sein Schild repariert. Wir hauen mal kräftig zu. Na, wurde geblockt. War schon ein bisschen zu erwarten. Aber wir können ihn exponieren. Hätten wir vorher machen sollen, natürlich. Kann Afe ihn jetzt treffen? Das ist die Frage. Wenn ja... Wenn nein, muss Kettil nochmal ran? Tja, Neff, ja, sind hier noch fallen. Ne, scheinbar nicht. Na gut. Ach, jetzt bin ich da reingelaufen. Wie blöd. Einmal unachtsam, hektisch, übereilt. Und schon passieren solche tollen Dinge. Aber wir haben da keine anzunehmenden Gegner mehr bisher. Von daher... ...sollte das alles nicht so sehr das Problem sein. Ja, war kein Sieger Schlag. 59 Schlagen. Schaden war gut, aber er ist wieder selber aus dem Gleichgewicht. Ach, daneben geschossen. Oh ja, 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 okay. Das sah sportlich aus. Dann... ...wollen wir mal hier weitermachen. Direkt in eine Falle reingelaufen. Aber stark genug, um... ...Gegner direkt auszuschalten. Ach, sie hat vergiftete Klingen. Sehe ich das richtig? Sie ist eine Viper. Das deutet wohl darauf hin. Ja, dann gibt es nur noch die beiden da hinten, ne? Verdammung. Das ist eine wahre Verdammnis. Kettile kann von da aus noch nicht auf den Gegner schießen. Schicken wir einen oben rum, einen unten rum. Dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Wenn hier nicht nochmal plötzlich irgendwo eine Falle auftaucht. Oder ich sonst irgendwo jemanden übersehen habe. Aber das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein. Kann man hier plündern? So, die kommen jetzt wieder hierüber? Okay. Ich sehe nichts. Getroffen. Aus live mit der Dehnen-Axt nach vorne. Kann er ihn erwischen? Erwischen ja. Ausschalten nein. Aber wir haben ja unsere Bogenschütze. Warum können die da nicht feuern? Hä? Na dann geh halt in den Nahkampf. Jawohl. Damit ist Lindes Fahnen in unserer Hand, Leute. Huah. Wie ein richtiger Wikinger. So, Rodgerda klemmt sich die Klinge eines langen Sachses in die Ellenbeugern und wischt mit ihrem Ärmel das Blut von der Klinge. Das war lehrreich. Du kämpfst wie dein Vater. Wir sollten uns aufteilen. Wir nehmen uns die Kirche vor. Ihr untersucht das kleinere Gebäude. Ihre Lippen verziehen sich zu einem schiefen Lächeln. Wie du befiehlst, Jarl. Viel Spaß. Kann erst mal die ganzen Toten hier plündern. Ach, sie fängt ja schon an, irgendwas auseinander zu bauen. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir uns mal kurz bedienen. So, allerlei Ressourcen. Präziosen. Das ist auch sehr wichtig für uns momentan. Manche haben auch einfach gar nichts bei sich. Ein Wasserschlauch. Wenn man von denen Waffen oder Rüstung aufnehmen könnte, das wäre nochmal was. Kann man aber leider nicht. Medizin hier noch dabei. Präziosen Kork. Und dergleichen mehr. Könnten wir jetzt trotzdem in das Haus gehen? Das könnten wir machen. Wollen wir das mal machen? Ich würde mal sagen, ja. Ich würde gerne mal wissen, was da drin ist. Ah, nein. Das Spiel sagt, wir haben uns jetzt so entschieden, also müssen wir es auch so machen. Dann machen wir es auch so. Wir gucken uns mal hier noch die Umgebung an, was es hier denn noch so gibt. Ja, gar nicht überall gewesen. Hier sind die Schweine. Hier gibt es noch Kisten. Ein Stab. Und hier steht ein Druidenstein oder was ist das? Ja, haben wir sowas. Okay, das nehmen wir auch noch alles mit und dann gehen wir beim nächsten Mal. Ne, wir gucken erst noch hinter die Kirche. Da ist noch der Kräutergarten. Seht ihr das? Uhu. Und was für einer. Plündert die Kräuter. Da können wir schön Medizin draus machen. So, jetzt aber vor die Tore von El-Lindes fahren zurück. Der Kirche zumindest. Und wir haben hier drüben noch nicht geguckt. Hätte ich meinen Satz jemals beenden können. Das hat hier in der nächsten Folge oder so ähnlich. Ein Karren mit Steinen, die in rechteckige Form gemeißelt wurden. Hier gibt es noch mal Kräuter und das war es dann jetzt aber endgültig. Jetzt dürften wir alles hier rundherum gesehen haben. Jetzt stellen wir uns vor die Kirche und in der nächsten Folge, liebe Leute, gehen wir dann rein in die Kirche von Lindes fahren. Bis dahin macht's gut. Euer Jan.